fragt, das Erstaunliche an diesem Thema ist die Tatsache, dass fast ausschließlich Internetmedien und Blogs andere Meinungen vertreten. Wie ist das eigentlich zu erklären? Ja, es ist schon tatsächlich so, dass die großen Medien da im Einklang sozusagen berichten. Unlängst gab es doch diese sehr schöne Kabarett-Show in der Anstalt, wo die beiden Kabarettisten mal dargestellt haben, welche Herausgeber und welche Chefredakteure in welchen transatlantischen Vereinigungen, ich nenne sie mittlerweile transatlantische Burschenschaften, vertreten sind. Etliche dieser Vereinigungen wie Atlantikbrücke, German Marshall Fund, Espen Institut und so weiter. Und wenn man diese beeindruckende Liste sich anschaut, wo dann die Ressortleiter und die Chefredakteure und die Herausgeber eben in solchen Institutionen eingebunden sind, da muss man sich eigentlich nicht wundern. Und das, was der Hörer anspricht, dass also im Internet es noch einige Medien und Magazine und Journalisten gibt, die eben anders berichten, also auf den Nachdenkseiten, auf Telepolis und so weiter. Man kann auch im Ausland sich umsehen. Ich gucke jetzt, wenn ich Nachrichten gucke im Internet, mir die Amerikaner an, NBC und CNN, und gucke dann Russia Today. Das ist auf beiden Seiten Propaganda. Und irgendwie in der Mitte kann man sich dann vielleicht seinen eigenen Reim machen. Hören wir noch einen Anruf. Ich höre viel Radio. Und die einzigen Sendungen, in denen ich Ähnliches gehört habe, als das, was Sie uns jetzt gesagt haben, das sind politische Satiremagazine. Das sind Kabarett-Sendungen. Ich nenne da die Anstalt. Ich nenne Namen wie Volker Pispas, Urban Priol. Würden Sie uns empfehlen, öfter mal solche Sendungen zu gucken, um etwas besser informiert zu sein? Auf jeden Fall. Und das ist aber eigentlich tragisch. Wir Journalisten, Sie, Herr Albers, sind ja auch einer, also unsere Branche wäre ja eigentlich dafür zuständig. Und dass jetzt die Kabarettisten, die Satiriker, die Komiker die Rolle übernommen haben, noch so ein Stückchen Wahrheit zu transportieren, das ist ja, da sind wir ja quasi wieder im Mittelalter, wo der Hofnarr auch dafür da war, dem Kaiser, dem sonst keiner was sagen dürfte, vielleicht so durch die Blume und durch einen Witz verkleidet, irgendwie nochmal die Wahrheit zu präsentieren. Wenn der Kaiser unzufrieden war, wurde der Hofnarr geköpft. Das haben wir mittlerweile abgeschafft. Aber die zwei Kollegen von der Anstalt wurden ja dann jetzt auch verklagt von Josef Joffe, dem Zeitherausgeber und von dem Bittner, auch einem Zeitjournalisten, weil Sie da in der Sendung mal klargemacht haben, das sind diese Leute, die folgen nicht, ja sozusagen den ethischen Ansprüchen des Journalismus, sondern die folgen einer Agenda und die ist vorgegeben von den Institutionen, in die sie eingebunden sind. Es ist ganz interessant, dass bei dieser Sendung gerade im Blog, also unter www.sr2.de relativ viel los ist. Das passt genau zu der These, dass das im Internet mehr diskutiert wird als sonst wo. Da schreibt zum Beispiel Jürgen Engel jetzt, dass Joschka Fischer ja schon gesagt hat, dass die EU-Erweiterungspolitik ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheit der Europäischen Union sei. Im Klartext meint jetzt Herr Engel, die Ausdehnung der NATO nach Osten wird vom Westen als eine Art vorauseilende Notwehr betrieben. Deutlicher kann man nicht sagen, wo der Ursprung des Ukraine-Konflikts zu suchen ist. Ja, würde ich zustimmen. Und Joschka Fischer, ehemals Ikone der Grünen, ist ja mittlerweile auch auf der Payroll von so einem transatlantischen Think Tank. Unlängst, ich habe es sogar zitiert noch im Buch, es war gerade ein paar Tage vor Druckschluss, hat Fischer getönt, Putin will die Weltmacht. Also er tönt auch ganz eben in dieser Richtung. Und was die Sicherheitsarchitektur angeht, die hier angesprochen war in dem Zitat, da würde ich genau das Gegenteil sagen. Wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur hier, in die Russland eingebunden ist und nicht eine, die Russland konfrontiert. Wir brauchen nicht Raketen der NATO jetzt auch noch vor der russischen Haustür. Wir brauchen auch nicht, was gerade schon geschehen ist, ein EU-Assoziationsabkommen mit Georgien. Gucken Sie mal auf die Landkarte, wo Georgien liegt. Also das ist ein sehr erweiterter Europa-Begriff. Dann können wir auch demnächst die Chinesen noch in die EU aufnehmen, wenn das so weitergehen soll. Also es ist schon eine deutliche und klare Expansionspolitik des westlichen Imperiums, sage ich mal, unter Führung der USA. Ja, und es ist schon einigermaßen absurd, dass in dem gesamten Konflikt Russland als der Aggressor laufend dargestellt wird. Die Russen haben natürlich ihre Interessen und sind keine Waisenknaben jetzt in dem Sinne. Aber wer hier vorrückt und wer hier marschiert, das ist eher der Westen, als dass es die Russen sind. Und wer Kriege führt überall auf der Welt, ist auch nicht Russland, sondern Amerika und die NATO. Lassen Sie uns mal ein bisschen über die Europäische Union sprechen und auch über Ökonomie und Politik. Ich meine, die viele Probleme des Euro und der EU sind ja dadurch entstanden, dass man, wie viele Leute in großen Büchern geschrieben haben, den ökonomischen Sachverstand beiseite geräumt hat und aus rein politischen Gründen erweitert hat oder aus rein politischen Gründen den Euro eingeführt hat. Diese politischen Gründe mögen ja übrigens manchmal durchaus edel gewesen sein, aber sie haben wirtschaftlich viel ruiniert. Und ich war fast fassungslos, als ich eben lesen musste im Zusammenhang mit der Ukraine, dass da Leute wirklich daran denken, die in die EU aufzunehmen. Also das würde uns mit Sicherheit restlos ruinieren. Also diese Politik, auch der ganz schnellen Erweiterung der EU, die ist, wie wir schon mal gesagt haben, keine Idee, die in Berlin oder Paris geboren ist, sondern das ist die Idee Amerikas und die EU funktioniert da sozusagen als der zivile Arm der NATO. Da wird erstmal so ein bisschen mit Wirtschaft und so, die Länder sind natürlich wirtschaftlich alle zurückgeblieben im Vergleich zu uns hier. Und das war ziemlich weit. Und in der Ukraine, ja, es ist ein Armenhaus, um es mal auf Deutsch zu nennen. Ja, also da sind selbst Bulgarien, Rumänien, Griechenland sozusagen die Sorgenkinder, die wir jetzt hier ökonomisch gerade in der EU haben, die sind ja steinreich und stabil und explorierend im Vergleich mit der Ukraine, die ja auch noch überhaupt kein funktionierendes parlamentarisches System hat. Also da von Demokratie oder von Zivilgesellschaft zu reden, ist ein Euphemismus. Und die Forderung jetzt, ja, die EU müsse da jetzt aktiv werden, die ist überhaupt nicht zu verstehen eigentlich, wenn man nicht im Hintergrund eben genau die amerikanischen geostrategischen Interessen sieht. Das sind die eigentlichen Taktgeber in dieser Sache. Und es ist nicht in unserem Interesse, und wir sehen es jetzt an den Wirtschaftsdaten hier in Deutschland, auch die großen Industriebetriebe, ja, die laufen langsam Sturm. Und Putin und Russland verhalten sich ja noch relativ cool, muss man sagen. Die letzte Sanktionsschraube, die da angezogen wurde, wurde von Russland nicht beantwortet. Also Russland hat da nicht neue Gegenmaßnahmen gemacht. Wenn die das morgen machen und zum Beispiel sagen, so, liebe Lufthansa, ihr könnt jetzt hier nicht mehr rüberfliegen, wenn ihr nach Asien wollt, dann kostet das die Lufthansa im Monat, ich glaube, 14 Millionen. Dann können Sie mal ausrechnen, wie lange die das mitmachen. Wenn Russland morgen sagt, wir wollen keine deutschen Autos und Maschinen mehr, ja, das schneidet uns ins eigene Fleisch. Und man muss sich wirklich fragen, warum macht Deutschland das? Oder warum machen wir das mit? Und warum stellen wir uns nicht da mehr auf die Hinterbeine? Es geht ja nicht darum, jetzt anti-amerikanisch zu sein. Es geht darum, den Amerikanern klarzumachen, ihr lieben, ihr mögt diese geopolitische Strategie haben. Aber wir können da leider nicht mitgehen, weil wir schießen uns ins eigene Knie. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Meine Frage ist eine Umdrehung Ihres Buchtitels. Und zwar, wenn in Russland ein Buch veröffentlicht werden sollte, Ansichten eines Westverstehers, wie unsere Medien, also in dem Fall an die russischen Medien, uns manipulieren. Meinen Sie, dass so ein Buch überhaupt veröffentlicht werden dürfte in Russland? Das war natürlich eine polemische Frage. Ich höre viel BBC, neben deutschen Medien, und ich habe auch russische Bekannte. Und ich muss feststellen, dass die Medienmanipulation in Russland sehr, sehr stark ist. Und dass, wenn da im Internet alternative Meinungen zugelassen wären, das wäre ja schön, so wie hier, wo die Medien angeblich einseitig berichten. Das ist natürlich die Frage, woher das kommt. Ja, ich glaube schon, dass so ein Buch in Russland auch noch erscheinen könnte. Es gibt ja auch dort Fernsehsender, die irgendwelchen Oligarchen gehören, die nicht Putin-freundlich sind. Also so ganz so schlimm ist es nicht. Aber natürlich, da gebe ich dem Hörer vollkommen recht, macht auch Russland Propaganda und ist da nicht völlig frei von Kritik. Worum es aber in unserem Buch nicht geht, Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich bin kein Putin-Verehrer und ich verteidige auch nicht die russische Innenpolitik. Ich war gar nicht in Russland. Ich kann das auch überhaupt nicht beurteilen. Was ich nur sehe, ist, wie wir hier einen Konflikt von westlicher Seite aus schüren. Dass in Russland wahrlich nicht alles zum Besten steht. Dass Putin natürlich ein mehr oder weniger autokratisches Präsidialsystem dort sich geschaffen hat und dass man das kritisieren muss, das ist überhaupt keine Frage. Aber das Gegenmodell, was der Hörer gerade anspricht, das kommt mir so ein bisschen so vor wie früher. Wenn wir hier in der Bundesrepublik Deutschland die Verhältnisse kritisiert haben, dann wurde immer gesagt, ja, dann geh doch nach drüben. Also natürlich sind wir froh, dass wir hier solche Bücher veröffentlichen können, dass wir hier im Radio, im öffentlichen, im Staatsfunk sozusagen Öffentlich-rechtlich darüber reden können. Aber es ist, und die Russen machen ihre Propaganda, völlig klar. Aber das ist doch kein Grund, hier mit der Kritik zurückzuhalten und zu sagen, ja, ja, das ist schon hier alles in Ordnung und die Russen sind ja sowieso ganz schlimm und wir sind hier auf jeden Fall die Besseren und deshalb ist alles richtig, was wir tun. Nein, es ist nicht alles richtig und ich finde, man muss dieser sozusagen Mobilmachung, die da auf emotionaler Ebene auch subtil läuft, der muss man widerstehen. Lassen Sie es jetzt nochmal ein bisschen konstruktiv werden. Dr. Bachmann aus Neunkirchen fragt, sollte man der Ukraine per Volksentscheid nicht den Status eines blockfreien oder neutralen Landes geben, wie Schweiz oder Österreich? Das würde ja den Konflikt entschärfen. Warum ist das, ich habe mich schon oft gefragt, warum ist das eigentlich noch gar nicht irgendwie mal auf die Agenda oder nur in die Diskussion gekommen? Warum kann die Ukraine nicht, wie Österreich ja auch, Österreich ist in der EU, aber nicht in der NATO, blockfrei bleiben? Warum kann die Ukraine keine Föderation sein, mit wegen mir vier verschiedenen Sprachen, wie es in der Schweiz ja auch üblich ist? Warum kann da nicht, wie es in der Schweiz ja auch ist, wo der Appenzeller und der Mensch vom Genfer See auch kulturell völlig verschieden sind und trotzdem ist das unter einem föderalen Dach, warum kann man so eine Lösung da überhaupt nicht finden oder anstreben? Ja, meine Antwort ist, die ist nicht im westlichen Interesse. Es ist nicht das Interesse der USA, irgendwie eine blockfreie Ukraine zu haben. Da wird dann immer gesagt, ja, wir müssen die aus dem russischen Einflussbereich oder Einfluss herausnehmen. Da frage ich mich dann, also die Ukraine gehörte lange Zeit zu Russland, die die Sprache... Zur Sowjetunion. Zur Sowjetunion. Die Sprache, ukrainisch und russisch, sind überhaupt nicht verschieden. Wer das eine kann, kann quasi schon das andere. 50 oder 60 Prozent aller ukrainischen Bürger haben Verwandte in Russland und umgekehrt. Also die hängen ganz eng zusammen, auch kulturell. Warum müssen wir als EU und als Westen dieses Land jetzt auseinanderreißen? Sie haben ja auch kein, wir beschreiben das in einem kurzen Kapitel, kein gemeinsames nationales Narrativ. Die eine Hälfte im Osten sagt, Stalin hat den Faschismus besiegt und das ist sozusagen unser Held. Und die andere Hälfte hält es mit Stephan Bandera, einem Faschisten, der mit der SS auch sich am Judenmord beteiligt hat und gekämpft hat dort in der Ukraine. Also wie soll da eine gemeinsame Nationalerzählung zustande kommen? Das ist die ganz, ganz große Frage. Und eigentlich würde es nur in einem sehr föderalen Modell, was also den einzelnen Teilen der Republik auch große Autonomierechte gibt, funktionieren. Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Matthias Bröckers zu seinem Buch Wir sind die Guten, erschienen bei Westend, Preis 16,99. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, also von Westend zugeschickt. Heute sind das Stefan Deves aus Nalbach, Karin Rigitz aus Sulzbach und Pascal Münch aus Stiering-Wendel in Frankreich. Hören wir noch eine Frage. Eine zu große Zahl der Deutschen denkt immer noch, dass in Russland der Sitz des Bösen sei. Das hat ja mal ein Politiker gesagt. Denken Sie an die Olympischen Winterspiele, wie man Putin niedergemacht hat, zum Beispiel, dass man Leute umgesiedelt hat, wobei andererseits beim Braunkohleabbau schon viele Dörfer verschwinden mussten und noch verschwinden werden. Dazu kein Wort. Und die Kommentatoren, auch vom Fernsehen, malten und malen weiterhin ein sehr einseitiges Szenario. Und so frage ich die Autoren, sind wir wirklich die Guten? Naja, wir sind sie eigentlich nicht, weil wir eben mit doppelten Standards operieren. Oder was Sie gerade ansprechen. Also Teile von uns sind schon gut. Also unser Grund besetzt, unsere Gewaltenteilung, viele andere Sachen, die wir haben, sind schon gut. Die wollen wir auch behalten und die wollen wir auch verteidigen und die wollen wir auch gerne in anderen Teilen der Welt sehen.